Yo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge der Tag eines Simons Das ist jetzt mittlerweile schon die 42. Folge Wie ihr seht, mein Bad ist ab Ich fühle mich wieder relativ wohl, die Haare sind auch kürzer Wenn ihr das Video hier gerade seht, bin ich gerade wahrscheinlich schon am Strand In Mallorca und schlurf Äh, im Wasser Ich nehme euch heute auf jeden Fall mal wieder hier noch den Tag in Hannover mit Wir gehen heute All You Can Eat Sushi essen Das ist ein ziemlich cooles Prinzip dort, da kriegst du ein Tablet Und kannst dort immer deine Sachen auswählen und die dann bestellen Aber ich nehme jetzt erstmal meine Subs Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, Freunde, haut rein So, hier wurde wieder mega geil aufgedeckt Eier Lachs Cornflakes Was das ist, weiß ich nicht Brötchen Bohnen Quagamark Was ist denn das hier? Mango Curry Sobbel Mango Curry Sobbel? Kürbis Kürbis Alles klar, und hier sind meine Subs Zink, Vitamin D3 Vitamin Stack, Omega 3 Meine Blutdruck Tablette Kreatin Hab ich irgendwas vergessen? Glucosamin Ach ja, und Glucosamin Leute, das ist keine Produktplatzierung Aber Dieses Gerät Von Exquisite Honigsenfsoße Schmeckt so verdammt geil Auf Auf Lachs, ich sag's euch Es schmeckt so gut Und dann macht man so Das schmeckt voll gut Leute, schauen wir mal meinen Rücken an Ich hab gestern richtig schöne Spritzen gekriegt vom Doktorei Mann Das zahlt ganz schön nicht weh Ja, ich wollte gerade sagen Aua 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 Warte? Nee Aua Aua Jetzt stell dich nicht so an Aua Wie viele sind denn das? Viele Hi Ich bin Schatz Meine Freundin ist 22 und sind Kaju Echt, jetzt? Man fühlt sich immer nur so einfach und ich fühle mich Ja Darf ich jetzt zu sagen, oder? Nein Ich merke's So Leute, ihr wisst Was ist denn? Och man, Alter Oh man Da kann man nicht mal in Ruhe vloggen, ohne Witz Oh bitte Leute, wie ihr ja wisst, fahre ich nächstes Wie ihr ja wisst, fahren wir jetzt am Sonntag Besser gesagt fliegen wir in Urlaub nach Mallorca Und ich muss jetzt quasi drei Videos fortproduzieren für die Woche komplett, wo wir im Urlaub sind Ihr wisst ja, es kommt Montag und Freitag immer ein Video um 16 Uhr raus Und für den Montag, die Woche drauf Weil wir erst Sonntagabend heimkommen und ich dann keine Zeit habe, um ein Video zu machen Also das ist echt schlimm Immer genau in dem Moment So Freunde, Video ist geschnitten Mich hat letztens jemand gefragt, wie ich meine Haare immer style Ich hätte gedacht, zeige ich euch jetzt einfach mal Das ist keine Produktplatzierung Ich habe hier von Got2b Die Forming Paste Das ist so Haarwachs Da nehme ich einfach immer ein bisschen Nehme hier ein bisschen raus Und verreibe ich das ordentlich in den Händen Und dann packe ich das einfach hier so rein Und dann schaut es noch ziemlich scheiße aus Deswegen nehme ich dann immer noch die Bürste Und ja Dann ist es eigentlich So, fertig Für mich geht es jetzt ab zum Lack Day Ich werde aber natürlich wieder nicht filmen Weil ich weiß noch In fremden Fitnessstudios finde ich das immer komisch Ich versuche mich jetzt wieder ins MacFit reinzusneaken Ich hoffe mal das funktioniert Und ja Ich melde mich auf jeden Fall gleich nochmal So, die Kamera hält So, die Kamera, die hält hier jetzt hoffentlich Ich habe von meiner Freundin so ein Klebeding bekommen Das hat sie Wer weiß wo gekauft Kaugummi rein Alter, hier kommt man echt immer schwer raus Da kommen 100 Autos immer Lässt du mich bitte raus? Danke mein Freund So Ich fahre ungefähr so Viertelstunde, 20 Minuten Zum Fitnessstudio Kommt drauf an wie der Verkehr ist Geht eigentlich völlig klar Was ich kurz noch ansprechen wollte Ich arbeite ja ab September Und verdiene dann auch ein bisschen Geld Und habe dann vielleicht auch die Möglichkeit Mir eine neue Kamera zu kaufen Da freue ich mich richtig richtig drauf Fährt einfach über Rot Läuft bei ihm Bei der Kamera hier Kann man leider nicht den Display drehen Deswegen Gehen so viele Aufnahmen eigentlich flöten Ich muss so viel raus aus dem Video nehmen Weil einfach der Autofokus nicht stimmt Das ist so nervig Und ich möchte euch nicht so eine scheiß Qualität liefern Deswegen freue ich mich wirklich auf die neue Kamera Wir sehen uns gleich Freunde Ich mache jetzt hier nochmal aus Dass ich über die Musik ballern kann Als Motivationsschub Ihr wisst es ja So Freunde Ich bin jetzt mit dem Beintraining fertig Ich bin richtig kaputt Ich habe aber heute lieber nochmal die Kniebeuge weggelassen Wegen meinem Rücken Ich habe 10 Sätze Beinpresse gemacht 4 Sätze Beinbeuger 4 Sätze Beinstrecker Dann 5 Sätze für die Waden Und dann habe ich noch ein bisschen Bizeps gemacht Ich hatte voll Bock auf Bizeps Ich fahre jetzt schnell heim Dann dusche ich mich Und dann gehen wir auch schon zum All-You-Can-Eat-Sushi Was ich vorhin erzählt habe Wo man mir die Tablets bestellen kann Das ist richtig cool Wir waren da schon mal Das möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen So wir laufen gerade zum Sushi Das Wetter ist mir heute wieder richtig geil Geht Freude auf wenn es regnet Oder? Rennt ihr jetzt? Wir haben alle Hunger Ich zeige euch das hier mal Und dann geht's! Und dann geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020